Ja, 3 zu 3, der Endstand heute im Audi Sportpark. Die eisernen Union Berlin und die Schanzer trennen sich also unentschieden und damit bleiben die Schanzer auch weiter siegreich. Das heißt also ohne Verlust, Punktverlust in dieser Saison. Und ich habe jetzt im Live-Talk hier Stefan Lex aus aktuellem Anlass, hast du das Spiel von der Tribüne aus verfolgt. Aber ich frage dich trotzdem, deine Sicht auf die letzten 90 Minuten? Ich denke, wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen, wo der Gegner früh eigentlich in Führung gegangen ist, was sicher nicht so in unser Konzept passt. Aber so wie ich es von der Tribüne aus gesehen habe, war es eine fragwürdige Entscheidung. Aber das müsste ich nochmal sehen, um das genauer beurteilen zu können. Trotzdem denke ich, was Wahnsinn, wie wir dann zurückgekommen sind. Also nach dem 2-0, das dann fast noch zu schnell gefallen ist. Aber trotzdem, was wir dann eigentlich reingefeuert haben in das Spiel und auch wie die Zuschauer mitgegangen sind. Und ich meine, ich habe es jetzt heute auch zum ersten Mal von der Tribüne aus erlebt. War echt richtig klasse. Und die haben uns auch in den richtigen Momenten immer wieder nach vorne peitscht. Auch jetzt ein Beispiel, wo der Luki vom Tor leider nicht trifft. Und dann hört man einfach Sprechchöre von ihm. Also so muss es sein und so hilft es uns auch. Und das hat man halt auch gesehen. Und dann geben die Jungs es auch zurück. Und dann haben wir, denke ich, das 3-2 kam ein bisschen aus dem heiteren Himmel, weil wir da richtig am Drücker waren in der zweiten Halbzeit. Richtig gutes Spiel gemacht haben. Und ja, ich denke, das spricht für uns, für unsere Moral und auch für unsere Qualität, wenn wir da am Schluss dann nochmal so zurückkommen. Im Endeffekt müssen wir sogar noch das Spiel drehen eigentlich zum 4-3. Aber ich denke trotzdem, wir haben alle ein gutes Spiel gesehen. Und so kann es weitergehen. Ja, wie wichtig ist das? Die Berliner sind ja früh in Führung gegangen. Ihr habt ausgeglichen. Und dann geht man mit so einem 2-2 in die zweite Halbzeit rein. Wie wichtig ist das auch so für den Kopf, für die Birne? Ja, ich denke, das war sehr wichtig, gerade zumindest den Anschluss zu machen. Dann haben wir eh noch das Zweite gemacht. Aber wir haben auch auf der Tribüne gesagt, mit dem 0-2, jetzt wenn es in die Halbzeit geht, dann kann es schon eng werden. Aber so war es echt. Also nochmal für den Kopf, wie du gesagt hast, wichtig. Und da haben wir gesehen, dass wir zwar die ersten 20-30 Minuten ein bisschen verschlafen haben, aber dann trotzdem das Spiel noch nicht hergegeben haben und uns einfach auch wieder zurückgekämpft haben. Und dann haben wir verdient auf jeden Fall, mindestens noch einen Punkt eigentlich gehabt. Aber gut, jetzt war es nur der eine. Damit müssen wir jetzt leben. Ja, und ihr habt euch wahnsinnig zurückgekämpft. Jetzt kommen wir ganz kurz zu dir vom Spiel. Du warst ja eben, wie gesagt, nicht dabei. Seit dem letzten Heimspiel gegen Heidenheim bist du verletzt. Wie geht es dir momentan? Ja, mir geht es schon ganz gut. Also ich bin fleißig im Kraftraum und ich habe jetzt heute noch so einen komischen Schuh dran, den ich hoffentlich auch bald ablegen kann. und dann auch wieder das Gelenk stabilisieren kann, damit es dann bald wieder auf den Platz zurückgeht. Danny, der Koster ist auch verletzt. Wie geht es ihm? Kannst du dir irgendwas sagen dazu? Ja, ich denke, es war mit weiten Abstand eine schlimmere Verletzung bei ihm jetzt. Aber ich habe gestern erst mit ihm wieder gesprochen. Ihm geht es soweit ganz gut. Den Umständen entsprechend würde ich mal sagen. Er wird gut versorgt im Krankenhaus noch. Und ja, wir wünschen ihm alle das Beste. Also da versuchen wir ihn so gut wie möglich zu unterstützen. Aber klar trifft es ihn hart, so eine Verletzung. Also euch beiden auch von unserer Seite von Herzen gute Besserung. Toll, dass du trotzdem den Weg heute hierher, aber auch gerade in den Live-Talk gefunden hast. Und das hat ja noch einen zweiten Grund. Ich sage mal, Stichwort Facebook-Gewinnspiel. Ja genau, ich habe auf meiner Facebook-Seite ein Gewinnspiel gemacht. Ein paar haben es vielleicht gesehen. Und da hat mich die Resonanz einfach gefreut. Und dann dachte ich mir, machen wir nicht nur so eine Larifari-Übergabe, sondern machen wir das ganz offiziell. Und da freue ich mich, dass der Peter Grönner, der Gewinner heute da ist. Und das ist auch der Grund, weshalb wir nämlich heute mal im Live-Talk ausnahmsweise zu dritt sind. Und ja, Stefan Walte, deines Amtes. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Freut mich riesig. Ja toll, hier zu sein. Wo sind Sie her? Aus Beubenhausen. Aus Beubenhausen, ja. Also ein bisschen ums Eck rum. Ja, wir sind fast in jedem Spiel. Wir haben ein Spiel da. Toll. Das war wieder mal ein tolles Erlebnis heute. Wunderbar. Also wir freuen uns auch. Jetzt kannst du nochmal dich ganz besonders persönlich bei einem Fan bedanken. Aber insgesamt auch für diese tolle Unterstützung hier im Audi Sportpark. Und jetzt sage ich nochmal, Stefan, bitte Walte, deines Amtes. Also herzlichen Glückwunsch ganz offiziell. Wir haben ja schon Kontakt gehabt. Freut mich, ich glaube. Es hat mit Sicherheit einen richtigen getroffen, einen echten Schanzer. Und ich werde mit Sicherheit in Zukunft auch noch die eine oder andere Aktion machen, weil es, glaube ich, auch gut ankommt. Also Augen auf und Computer an beim nächsten Facebook-Gewinnspiel. Und dann sehen wir dich vielleicht auch wieder bald auf dem Platz. Das wäre also für uns alle ganz schön. Und Stichwort Trikot. Da sind Sie ja, da haben Sie von Beubenhausen auch nicht ganz weit, dann zur Eröffnung vom Fanshop in der Innenstadt. Ja, sind wir bestimmt dabei. Da sind Sie bestimmt dabei. Und da sind alle Fans des FC Ingolstadt auch mit dabei. Auch du. Und die gesamte Mannschaft live und in Farbe. Und wir sehen uns dann natürlich spätestens wieder beim nächsten Heimspiel. Da geht es gegen Bochum. Hoffentlich auch bald wieder mit dir im Einsatz. Und damit gehe ich zurück ins Stadion. Ist es an Ş release? Vielen Dank.